Ich würd mich drüber freuen, wenn ihr gönnen würdet. Jeden Tag, 14 Uhr bis 18 Uhr Stream. Äh, Hashtag Quarantäne-Stream, ne? Karan-Stream. So, ich hab wenigstens Support Jace, ne? Support Jace, nice. Sonst krieg ich überhaupt keine Punkte hier. So invaden, oder? Ja. Ja, invaden. Ja, dann lass hier, lass den holen hier oben. Ja, lass ich gleich invaden, ja. Geht gleich da hoch. Das ist wie ein Robohund. Das ist ne Biene. Ist es der Hextech-Skin, ja? Der Hextech-Skin, ja. So, hier, hier so. So laufen, so. Äh, was glich denn jetzt hier auf eins? Den, den E? Ne, den W. Ähm, nicht den W. Dann den Q zum attacken hier. Ja, das ist okay. Aber, dass die Leute immer noch nicht checken, dass sie einfach hier hinlaufen müssen und uns killen müssen. Oh, jetzt können wir noch invaden, ich komm, ich komm. Oder? Okay, aber, ne, ich und Proxy müssen besser. Das ist 1,25. Druck B, Proxy. Ich hab mal Wegeskilled, ne? Es gab W. Ja, ja, passt. Das ist halt übelstreu, weißt du. Oder Budgenken? Äh, Olaf ist da. Die können als erstes Moven, pass auf. Oh. Können wir das halten? Ich glaub, das können wir fighten, ne? Ja, Olaf, das können wir fighten, ne? Ja, so, ja, so, ja, so. Ja, so. Olaf, 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 Olaf. Nice. Ja. Transfer, transfer. Slot, slot, slot. Jetzt noch flash. Nice, good job, job. Well done, boys, well done. Äh, bin da. Äh, äh, ich komme, ich komme. Vielleicht kann ich auch nicht traden gegen den Blöden. Ich bin on my way, wir können den killen. Das kann eh. Ich flash für den. Okay, nice. Wolli, molly. Gut, dann lass die Wave-H pushen, Proxy. Und dann lass reseten. Also, ich hab jetzt Zeit, ein Roam zu machen. Vielleicht kann man in der Mitte killen, Freddy. Vielleicht geht... Ah, okay, Olaf geht bot side. Keine Ahnung. Okay. So, ich pack mal ein paar Worts hin. Olaf müsste bot side sein. Ich hab gebordet, bot side. Weiß nicht, wie man an Libia wall plays. Also, okay. Oh, Nami, Nami, Nami. Let's go. Olaf bei euch. Olaf bei euch. Olaf bei euch. Olaf bei euch. Movin, Movin, Counter Ganking. Hast du die, oder? Ja, ich hab Nami. Counter Ganking, Proxy Gin, das spielst du. Das spielst du, kommst du mir! Mach rum, zieh nach oben, zieh nach oben. Proxy du Inter! Silas kommt auch runter. Das kriegst du denn jetzt? Ah, ja, das ist ja und. Verstimm. Dahin kommt ein Ash Arrow. Dahin kommt ein Ash Arrow, dahin kommt ein Ash Arrow. Oh mein Gott! Kannst du den... Oh mein... Oh mein Gott! So, ich bin da? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Oh, ich hab dich! Da hätte ich dich nicht gebraucht für, ne? Da war dein Team schon da. Äh, klar! Na, secure allerdings, ne? Hab ich nicht erwähnt. Was? Ich hab dich gesaved! Was? Der war geblindet, wie soll der mich ihn killen? Äh, äh... Parong... Weiß nicht? Ja, fürs Team, ne? Ist okay. Den einen lass ich dir durchgehen, aber lass halt mich noch mal passieren. Ansonst... Red ich mit Management, ne? Pass mal auf. Das ist ja wirklich, ey. Soll ich Jasso oder Nami, Uli? Also, es kommt drauf an, ob du den... Also, wen du halt killen kannst, kannst du ne Ulti, ultest du einfach. Den anderen kann ich dann killen. Ich glaub, Nami kann ich killen. Ich weiß nicht, ob das bei Jasso der Fall ist. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob Jasso Exaust hat. Vielleicht kannst du die hooken? Kannst du vorlaufen? Ich geb dir Speed. Äh... Ah, damn. Du kannst mit haben, wenn wir mit dir killen. Klingt das nach nem Plan? Also, so will ich auch nicht arbeiten. Oh mein Gott. Das klingt nach Sklaverei. Das klingt nach Trade-Off. Jasso, Jasso, das geht nach unten. No, ich bin tot. Challenger-Spiel auf Scarface. Alter, die Nami ultiert einfach meinem... Ach, hat einfach meine Q geblockt, ey. Ich komm mit, okay? Warte noch mit deinem Arrow, bis ich da bin. Ja, die ganze Töne werden wir nicht kriegen. Aber zwei Platten. Hm? Oder vielleicht kriegen wir den Töne. Ja, ja. Wir haben den Damage. Ich bin... Ich hab sehr viel Schaden. So, Arrow jetzt. Nice. Okay. Hä? Am Skripten die Nami. Muss ich auch mal treffen. Wir gehen rein. Ah, nice, nice. Ja, ist aber fein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, lol, du hast den Kill bekommen? What? Strategie-Shrum, mate. What the fuck? Ich hab noch von Strategie-Shrum gewählt. Ah, ich glaub, du hast tot, Foxy. Damn. Werd ich wahrscheinlich ein bisschen mehr für Vision-Kontrolle spielen sollen. Ja, okay. Das ist my bad. Du, du B2? Oh. Wir fighten das, wir fighten das. Jasso, Jasso. Ja, so. Komm, komm, Proxy. Proxy! Bro! I'm away. Olaf, Olaf, Olaf. Ja, so. Ja, was das? Schön gespielt, auf jeden Fall. Ich hab Spells-Up. Oh, pass auf, wir kommen heute mal hinter dir. Nice, 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 nice. Schön, 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 schön. Den haben wir ja. Wunderbar. Wunderbar. Also, was aber ordentlich, Brain-AfKar. Äh, ich hab grad in meinem Chat was und nachgeguckt. Der hat nicht dabei. Oh, Freddy is my stupid. Dafür muss ich dir jetzt ein paar CS texten, ne? Ja, das ist in Ordnung. Okay. Okay. Willst du noch pushen? Nee, ich geh exekuten. Ach so. Okay. Na gut. Nice. Äh, 80 Punkte. Ja, Mann. Du oder wir? Weddington. Ich, bitte. Äh, oder was hier? Na. Ne. Na. Du ist weg. Der Olaf hat Bock. Oh mein Gott. Ich bin... Alter, hätte mich doch killen können. Ah, der kann mich immer noch killen. Ich glaube, der kann mich auch killen, ja. Jetzt kommt Lixalia. Ja, ne. Okay. Ja, ich mach damage. Ja, ich mach damage. Der Dinard habe ja nicht one shot den Alp. What? Äh, Olaf töten, mein Gast. Ja, ich bräuchte die Wafel kurz. Ganz wichtig. Ja, nimm die mal. Alles gut. Brauch sie grad nicht. Wir gehen gegen den, oder? Der Mitarbeiter des Monats, ja. Ich glaub, wir gehen einfach Dragon, ne? Also, ich, ich versuch den Zahler zu flanken, der Radproxy, ne? Oh, oh, ich komm mal. Ähm, der hat ulti. Wer muss als erstes ulten von uns? Äh, also, wenn er dich ultet, musst du ihn auch ulten, damit du Stats bekommst. Sonst verlierst du ziemlich hart. Ha! Äh, also, mit wird gefightet. Der hat wen geultet. Mit wird gefightet, okay. Äh, äh. Oh, das sieht gut aus, actually. Können wir hier? Können wir das fighten? Ich komme, ich komme. Ja. Das ist super für Sternen. Ja, ja. Ich hab übelst fett. Ah! Oh, nice. Ja, ich bräuchte den noch. Ich kann, ich kann den gleich snipen, den Melfert. Ich weiß nicht, ob ich den kille. Ich pushe mal Podlam weiter. Ich hab ihn. Oh! Ist der geflasht? Hat er das Schild bekommen, oder? Oh, der Olaf, der Olaf geht für mich. Hilfe! Ja, 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 ich bin fast, ich bin praktisch da. Der will den Red haben. Ah, okay. Ich hab den Red. Ah, was ist der Steal, oder was? Ah, ich hab da gut gesehen. Ah, was heißt der Steal? Wie hast du gesehen? Na, da hast du Olaf. Ja, dann tippen wir doch den mal. Wollen wir machen? Dass sie noch nicht alles mit ihr machen. Was lässt du dich denn hier so bullien? Äh. Okay, ich muss doch besser. Wer ist denn aus der Steal geworden? Hä? Ich bin kompletter Mominein-Carrying. Okay. Ich hab leider nichts mehr ab. Ah, doch. Bam. Boah, die Steal. Boah, Leute. Ich hab fast. Okay. Okay. Musst du ganz, ganz schnell casten. Du hast nur eine Sekunde Zeit. Ich kann wieder helfen, aber das sind ein paar Leute, ne? Okay. Okay, wir tauchen schon wieder rein. Ah, ich glaub ich bin auch tot. Ich glaub ich bin auch tot. Oh Gott, Alter. Hast du grad meinen Blue genommen und stirbst jetzt? Äh. Wie wärs mit Nash, Leute? Hat der Bock, oder? Nee, nee, nee. Kein Nash, bis ich den Quest auf. Der gibt viele Punkte nämlich. Ja, ich hab die grad deswegen. Scheiße, ey. Mit den Schwoos. Ah, ich bin on my way. Danke. Danke dir. Für den Versuch zumindest. Der Bruder? Gib mir schon mal leeren, so ist. Okay, Olaf Lash. Ich versuch'n bisschen zu saunen, ja. Der ist halt, das hat meine Ult. Wir könnten theoretisch jetzt fighten. Ja, wir haben den. Wir könnten jetzt fighten. Was? Ich kann grad nicht fighten, ich muss grad last hiten. Nein. Ja, Olaf ist schon aufpassen. Die Schwoos, die Karin? Ja. Kann nix machen. Ei, 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 ei. Freddy, was war das? Passt, ne. Ne, 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 ne. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Schöner Bruder. Kann man mit QSS aus Mortal Old raus? Ja, kann man. Okay. Du und ich. So wie das ganze Game schon. Okay, nice, nice, nice. Slow, slow, slow. Auf dem Olaf aufpassen. Olaf fokussen, Olaf fokussen. Olaf, 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 Olaf. Olaf, Olaf, Olaf. Olaf, Olaf, Olaf. Olaf, Olaf, Olaf. Oh mein Gott. Oh mein. Da, okay. Freddy? Olaf, 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 Olaf. Olaf, Olaf. Schön. Replayed. Nice. Kann man weitermachen, oder? Boah. Boah. 8000 Punkten. So, ey, pff. Ich, ich, äh. Ja. Oh. Oh Gott, Mann. Oh, ey. Zu wenig damage, Mann. Oh, der Meffert, Meffert. Ultiforcen oder so, Leute. Olaf. Olaf, Olaf. Olaf, Olaf. Olaf ist raus von Meffert. Old ist raus. Da, da sind Leute, eh. Freddy, Freddy. Mhm. Ich observiere. Oh, ich bin zufrieden meiner Olde, ey. Ach. Ich bin sehr am observieren. Bot Tower vielleicht? Ich weiß nicht, ob Meffert eine Ulti hat. Ah, der Sylas hat geintet. Okay, Tower nehmen, oder auch nicht. Äh, wir können dir nicht wirklich folgen. Boxy. Ich kann dir eine Q geben. Okay, Sylas ist tot, Sylas ist tot. Ja, alles, alles geregelt hier. Lass für den Inip gehen. Lass für den Inip gehen. Lass für den Inip gehen. Wir können auch noch Dragon gehen noch. Meffert, keine Ulti. Olaf, Olaf, keine Ulti. Schöne Quest für Freddy, okay. Lass Dragon machen. Lass Dragon machen, schnell. Ist jetzt ganz wichtig, dass die nicht gegenpushen können. Ah, okay. Wir können da fighten, wir können da fighten. Ich weiß nicht. Oh, oder doch. Hilfe. Okay, du hast kein Flash. Oh, oder bin ich hier? Haltet ihr so lange ab, ihr könnt. Oh, no. Okay, Olaf, kein Flash. Ah, wir haben, wir haben Soul. Nice. Und die engage in Mitte mit Ash Arrow und Predator. Ich sag dir, das dodged vielleicht, ne? Äh, ja, ich kann dir nicht helfen, ist zu mir leid. Nein! Wie lange hast du denn dafür ein Execute gedrückt? Das dauert. Oh mein Gott. Okay. Ich hab geimpressen. Äh, wir müssen aufpassen, dass die jetzt nicht Nash machen, ne? Ist Sylas in Autoposition? Hat meine Ruhe? Ja, ich komm von behind. Hat der nicht gewohlt? What the fuck? Äh, actually Sylas ist ja übersch fett. Ne, ne, ne. Wir müssen einfach den Nash abwarten, glaube ich. Die haben keine Sidewaves. Okay, das ist gut. Wenn ihr das slow spielt, dann ist es okay. Wir müssen den Dursen aber auch nicht spielen, please. Das könnte Game sein. Ja, das könnte echt Game sein. Das könnte echt Game sein, ja. No, 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 no. Gewinnst du Proxy? Ne. Oh, scheiße. Keine Chance. Oh mein Gott, wir haben wieder verloren. Ja, man, oh, what? Mann. Ja. Oh Gott, was ist das für eine Queue? Oh mein Gott, ey. Ich sehe, das Game war schon gewonnen. Ich war so gefeated. Und dann habe ich nur noch vier Quests gespielt. Okay, ich habe ein bisschen Zeit gekauft. Oh mein Gott, ist das sad, ey. Oh man, ey. No. Scheiße. Alter, wäre aber der richtige Loose-Streak. Das wäre aber der richtige Loose-Streak. Und da, weil ich ja nicht mal sein kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh wow. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020